So. Weiter geht es hier mit Haven. Wir sind jetzt auf der Weg, um mit Kay wieder zusammenzutreffen. Nicht ganz so einfach sein für die Tür. Nein, schon weil wir auch alleine kämpfen müssen. Was ich mir auch nicht ganz leicht vorstelle. Ich hoffe, dass alles okay ist mit ihm. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen. Da war noch ein Ding. Was? Keil? So, jetzt hat er mich entdeckt. Nee, ich habe gerade keinen Sinn. Bleib mal da hinten. Kämpfe bringen ja eh nicht so viel Erfahrung, sicherweise. Das stört es mich nicht, wenn wir mal kämpfen. Nein, Kay ist hier leider noch nicht. Ich weiß aber nicht, ob wir ihn hier finden. Ich bin frei. Noch nicht gesäubert. Da oben war noch was, ne? Ja. Da oben sind wir. Ja. Ja. Ja ist der Richtige. Ja. Ja. Ja ist der Richtige. Okay. Ja. Ja ist der Richtige. Weil wir haben auch nicht volles Leben. Ja komm schon! Gott sei Dank. Mal heilen. Ok, dann brauche ich dafür den Rempler. Schauen. Erst beruhigen. Vielleicht auch schon wieder ein anderes. Ich bin weg. Oh, ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Das Leben muss sich erledigen. Schätzungsweise von Haus. Ich bin halb tot. Ich kann mich nicht heilen. Ich habe da leider kein Zugriff. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich passieren will. Ich komme hier einfach ein anderes Mal wieder her. Hoch. Irgendwieder hoch finden. Der Weg nach oben. Hochgott, ich dachte gerade, ich hätte mein Mikro nicht aufgesetzt. Also runtergeklappt. Okay, das ist jetzt der Weg nach oben. Das ist ganz toll. So ein Bild kommt mir bekannt vor. Okay, hier soll es auf jeden Fall so ein Ding zum Hallen geben. Ich glaube, ich habe es auch schon entdeckt. Kein Rost hier drauf. Okay. Du wirst es. Du wirst es. Aber trotzdem. Ich hoffe, es wird bald wieder vorbei. Denn wenn du schon mit dir sprechen kannst, nach einem Tag. Ich will nicht denken, was wird passieren, nach einer Woche. Ja gut, das hat jetzt nicht wirklich viel geheilt, ne? Das hat zehn Punkte geheilt. Oder? Äh, habe es so ein bisschen nötig. Ich will ja nicht sagen, dass ich kurz vom Stern bin, aber... Ich... ...ja. Das ist gerade wahr? Ich glaube, ich habe es ausgeblendet. Ach so, grüne Neune. Nein. Okay. Nein! Nicht daran vorbei! So. So funktioniert das auch. Okay. Ach, wir haben keine Ladung mehr. Ich glaube, ich habe keine Ladung mehr dafür, oder? Oh, okay. 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 Okay, äh, sind wir hier richtig? Ich glaube. Ich glaube, wir sind hier richtig. Okay. Ähm, ja, was ich jetzt bräuchte, wäre Ladung. Das wäre superschön. Ladung leben. Natürlich nicht aufkriege, weil wir nicht geladen sind. Ey, ey, ey. Der schlug von den Herrenentwicklern. Okay. 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 There's a library. That's great. You were just complaining you had no reading material. Tarii. Oof. Glushtentar? Have you ever heard of a book titled Oof Glushtentar? Tarii. Nooo. This one here is titled Gorgenimuld. Flermglyphen What does Flermglyphen mean? Oh, I have Flermglyphen Ostrusy here Must be a sequel Ugh Please don't tell me all of the books in this library Are written in this weird language I'm about to cry Ah I have one with images If you think I'll be satisfied with a children's picture book Who said it was a children's book? Check it out Huh? Hm Okay We'll take this one Illustriertes Erotik-Handbuch Okay Okay Das nenne ich mal Ein Bilderbuch für Erwachsene Warum nicht Oh, jetzt haben wir wieder keine Energie Saft Okay Okay Ich hatte noch nie so wenig Energie wie jetzt Das war für der Part Hey 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 Hier einmal Schaden Das da hinten Ja Sollte zumindest erstmal reichen Ich weiß ja nicht Ich weiß ja nicht wo es sonst noch hingeht Ich würde hier jetzt Dexter Koppel Ich weiß ja nicht Ich gehe es, ich weiß nur noch mit dem Ich weiß mir, wenn ich das Ogden Ich meine Ich hab die Settung Ich habe die Schade Ich habe das Entstehe Und Ich habe den Schaden Das wäre eine sehr gute Idee. So, direkt zum Nest ist es gut. Weil dann kann ich nämlich perfekt den Party wenden. Perfekt. Perfekt. Ich bin fertig. Du bist okay? Laufbebebebebebebe? Wie viel ich kann. Ich kann das. Ich dachte. Warum bin ich immer in der Lage, die Läden auszüben? ja wobei ich zugeben muss dass ich das liebe die wäsche zu machen das wäre nicht mehr so schlimm ich meine klar mein Freund kann das zwar auch aber er macht das falsch er macht grundsätzlich falsch obwohl man eigentlich falsch machen kann aber meiner okay aber wir können sowas essen dann nehmen wir mal den Boba Salat ja glaube ich ich brauche ich ich brauche huh bist du okay? ich habe nie gesehen, dass du dich auszutauschen auszutauschen ein bisschen hyperbolic es schmeckt schlecht, oder? nein, es ist wirklich gut es ist nur... als du sagst, dass du eine Salat hast ich habe nicht erwartet das ist eigentlich wirklich, wirklich galt natürlich gibt es Boba Nut das ist das ist das ist das ist das das ist 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 okay so 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 was so 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 Das macht die Menschen weniger Miserable? Nicht jeder ist Miserable. Quit interrupting mich! Du fragst Fragen. Ich antworten. Das sind Fragen rhetorischen. Let me finish. Okay. So, supposst, was du sagst ist wahr. In der Kontext von einem besseren, mehr equitableen System, was der Sinn ist? Was du denkst? Does das in mind help you deconstruct the social organization imposed by the matchmaker? Or is it, on the contrary, some kind of coping mechanism? A way to swallow the pill and, consequently, to negate any desire to change? That is the question. Now you can answer. Honestly? Yes, honestly. I think that if we wanted to change the system, we should have stayed in the apiary. not fled millions of Lumsex away. Yeah, okay. That we can agree on. But if we were only allowed to fight about political topics we can actually act on, we'd never fight. It's true. That would be a shame. So... How do you feel about the private financing policies for research? Whoa, whoa, whoa. Don't get me started on research financing. Is it really a good idea to go out at night? No, you're right. Well, yeah. Why do you think I'm trying to warm them up on you? Can't you use the Comforter? Doesn't work. Well, try a hot water bottle or something. You're my hot water bottle. Mmm. Think about it. Which do you prefer? Cold feet on your calves at this very moment, just long enough to warm them up? Or... Sleeping in fear that my cold feet will touch you by chance during the night and wake you up with a jolt. ong of you? Ugh... Why? The end of your calves at your side. Yeah, kind of thing. As you wish. You know so. Huh? Sure, I know so. You win! Bring your blue feet over. Wow, I really didn't. Such a while. Okay, I get it. Ah... Huh... Ich zieh mir dann wohl was die Socken an. Obwohl ich es hatte, mit Socken zu schlafen. Wenn ich weiß, dass man mit Kette Füße hat. No way. Ich weiß, dass wir nicht ganz früh gehalten sind, aber ich möchte es einmal kurz speichern. Beim nächsten Mal gehen wir eben wieder rein, weil ich einige weisernen Pillen da wieder sehen muss. Und ich würde sagen, das machen wir alles im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.